Wir machen jetzt einen Seedra- Simon zu einem Seedraking. Ich war mir schon richtig doll drauf. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. Dann haben wir einen Seedraking. Jetzt müssen wir das neue Bonbon, also das Drachenhaut-Ding, geben das dem Seedraking raus. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. Tschau. Dann nehmen wir das hier. 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 Vielen Dank.